Dann wollen wir mal gucken, dass wir erstmal hier die Aufgaben wegbringen, die wir noch offen haben. Hier war doch irgendwo eine Schnellreisestation, wenn ich mich recht entsinne. So. Warte mal eben. Quests. So, rekrutiere die Mädchen. Das muss Annie zurück. Dann wollen wir zu Jimbo. Ich glaube, da gehen wir mal zuerst hin. This is door. Okay. Dann wollen wir da doch mal hin. Ist ja auch gleich eine Schnellreisestation nebenan. Einmal da hin, bitte. Dann mal einmal kurz hier gegen die Paco hauen. Was ist das? Achso, das war eine Ratte. Na. Moment. Paco, uns sind böse. So, einmal zu Jimbo zurück. Was kann ich für dich machen, New Kid? Ach, ich liebe Spiders. Ich hoffe, dass du sie ausbauen kannst. Ich kann nicht warten, was du dann zuerst töten. So, ich möchte gehen. Jimbo, neue Freundschaftsanfrage. Oh, nett. Jimbo Schlüssel. Ich glaube, damit kann... Äh, hier stehen. Jimbo Schlüssel. Wo konnte man den denn nochmal einsetzen? Hat der sein... Hat der ein eigenes Lagerhaus? Moment, das Lagerhaus war ja da hinten. Da gucke ich aber jetzt noch nicht rein. Ich will erstmal die nächste Aufgabe wegbringen. Ähm, das mit der Annie. Das war Schweinbeermann. Das wollen wir ja nicht. Zwar will ich jetzt gerade nicht. Ja gut, da können wir eigentlich auch genauso gut eben zu Fuß hinlaufen. Hier war ja irgendwo der Überweg. Wow, I like how the... La la la. Was ist nicht da denn noch? Moment. Ah ne, da musste man... Oder haben wir das schon? Mal eben kurz. Was? Ah. Wo konnte man hier... Hallo? Achso. Das hatten wir schon. Was ist das hier? Das ist anscheinend nichts. Egal. So, dann wollen wir mal das übersetzte Dokument zurückbringen. Ja. So lange wir nicht wieder in der Abtreibungsklinik landen. Aber die haben wir ja schon zerlegt. Das ist hier, die fünf Frauen waren auf der Klinik. Und da ist das Nancy Turner, 3.30 Uhr. Das ist Heidi's mom. So Heidi Turner war die Two-Faced Bitch. Das ist irrefutable. Danke, New Kid. Wir wissen, es war Heidi Turner all along. Das war die rumors. Freak'n whar. Two-Faced buttrag. Fuck Heidi Turner und die Two-Faced Ass. Aber Heidi ist wirklich sorry. So wir entscheiden zu forgive her. Ich liebe euch so viel. Wir lieben euch auch Heidi. Ja, Heidi. Du serviert uns gut, New Kid. Also haben wir unsere Services. Tell den Jungs, wir spielen ihre Spiel. Sparkle. Sunshine. Sparkle. Sunshine. Oh Gott, jetzt haben wir... Was haben wir denn jetzt hier alles an Freundschaftsantrag? Ja, ist ja okay. So, können wir hier noch irgendwie... Und die beiden hier. Ja, ist ja gut. Nein. Wollen wir ein bisschen Shopping machen? Nein. Ich will... Was? So, jetzt erstmal hier. Was haben die denn an Waffen? Knetring der Teighammer. Klinge der Feenprinzessin. Bogen der Feenprinzessin. Und Chakram. Ah ja. Äh, möchte ich beides gerade irgendwie alles nicht haben. Außerdem, wirklich viel Kohle haben wir auch nicht mehr. So, Kostümflicken. Ehevertrag. Ich weiß nicht. Also das muss ich jetzt alles irgendwie nicht haben. Oh, neuer Vorteil verfügbar. Mit 70 Freunden. Also habe ich jetzt quasi die komplette Mädchengang als Freunde. Plus die beiden von... Also Jimbo und Ned. So, jetzt mal hier gucken. Was ist denn... Ja, könnte man mal machen. Was habe ich denn momentan... Achso. Hä? Wieso sind denn da keine... Okay. Gucken wir uns das Ding mal an. Gucken, haben wir da noch irgendwie was Schönes, was wir da draufkleben können. Äh, Frost. Äh, Frost. Perfekten Schaden. Nein, nicht ganz gut. So. Zurück. Das Ding nehmen wir jetzt auch. Was haben wir hier noch? Schönes Dartpfeile. Giftgranaten. Was ist das denn? Das ist auf jeden Fall schlechter als das, was wir jetzt haben. Barbarenhelm. Wie sieht das aus? Ach, können wir mal wieder nicht nehmen, weil... Hasselhoff ja immer noch sein Gesicht auf unserem hat. Barbarenrüstung. Nehmen wir einfach mal mit. Was haben wir hier noch? Holzfällerbart. Können wir sowieso nicht benutzen. Barbarenfokuhila. Hier haben wir noch ein bisschen Klumpatsch. Moment. Einmal eben alles durch. Okay. Hier haben wir noch ein paar. Ja, die Rohlederpeitsche. Miniaturgong Mana-Trank. Ja, passt schon. So, dann würde ich sagen, wir widmen uns mal neuen Aufgaben. Ich denke mal, wir können dann jetzt auch wieder da rein, oder? Ja. Das war jetzt einfach nur zum Ausprobieren. Einmal wieder raus hier. Und dann würde ich sagen, schließen wir mal die nächste Aufgabe ab. Ich weiß nicht, ich bin echt am Überlegen, ob wir uns mal... mit dem Schweinbeermann, äh, befassen. Quests, Versteckspiel haben wir noch. Besiege Schweinbeermann. Wir müssen auch noch wieder zu Kai zurück. Aber jetzt will ich erstmal diesen blöden Schweinebeermann kaputt machen. Der war ja da hinten. So, hier war doch irgendwo... Da. Da ist eine Schnellreisestation. Da müssen wir nicht ganz über die ganze Karte hüpfen. So, da will ich hin. Mal gucken, wer kriegen wir denn mit den neuen Waffen und, äh, mit vollem Tempotränken doch irgendwann mal kaputt. Diesen blöden Schweinbeermann. Hallo, ich hab zuerst angegriffen. Don't be starting shit with us! Yo. So, Tempotrank. Attacke. Hat zwar eben mal so... Ja, 36.000. Das passt schon. So, schweren Angriff. Hat ein bisschen was gebracht. Auf jeden Fall blutet er jetzt. Und nochmal einen schweren Angriff. Wir müssen irgendwie gucken... Ach, scheiße, wir müssen ihn ja anzünden, damit er seine Rüstung verliert. So, das können wir auch nochmal machen. Die Todesmarkierung bringt vielleicht noch ein bisschen was. Abwehr verringert. Ist fünffach am Bluten. Und RABAM! I know you're downed. So. Nochmal so'n Ding. Augenring. Scheiße, jetzt hab ich vergessen, Tempotrank zu nehmen. Aber ist egal. Vielleicht passt es ja. Toll, jetzt bin ich selber. Achse des Zerfleischens. Ähm. Immer lieber einen Tempotrank. Jawohl, ja. Nehmen wir ihn nochmal. Und RABAM! Hat er sich so viel gebracht, aber er blutet immer noch wie Schwein. So, fünffach am Bluten. Ich denke mal, höher werden wir ihn auch nicht kriegen. Bluten mal fünf. So, jetzt nochmal die Todesmarkierung. Einfach mal so zum Spaß. Abwehr verringert. Er hat jetzt nur noch 12.000 Hitpoints. Was können wir denn hier noch? Ähm. Das klingt doch ganz interessant. Tippe A, wenn du das Symbol siehst. Wir gehen runter! Ja, das sieht doch interessant aus. Außerdem brennt er jetzt. Nice. So. Nehmen wir nochmal einen Tempotrank. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob wir den noch brauchen. Nee, brauchen wir nicht mehr. Hau immer Axt ist der Fleischhatz. Das sollte dann eigentlich reichen. Ich weiß gar nicht, warum das beim letzten Mal dann so schwer war. So, einfach mal alles mitnehmen. Wiederbelebungstrank brauchen wir nicht. Ja, du bist mir auch so ein Schnapsi. Meine Güte. Nimm sie fest. Du mich auch. Geh weg, Typ. Äh, was? Was war das denn? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Wir nehmen mal wieder einen super elastischen Ball. Diesmal ohne Furz. Erstmal, dass sie brennen. Stans Schwert einmal draufkloppen. Die sind doch ein bisschen härter, als ich gedacht habe. What the hell? 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 You hit like my grandpa. Oh no, you don't. Ach du liebe! Einmal die Axt ist der Fleischhass, bitte. Ähm. Ja, ich glaube, da reicht auch ein normaler Angriff. Autsch! Nein! Doch nicht. Scheiße! Scheiße! Genau, du sagst es. So, die Katzen sind doch jedenfalls schon mal down. Er zeigt uns mal wieder einen schönen Gruß. Ach du lieber! Ja, ach du lieber. So, dann kriegt er jetzt einen Schweren drauf. Scheiße! Und dann kriegt er jetzt nochmal Stans Schwert. Das sollte dann eigentlich auch genügen. Autsch! Doch nicht? Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Ah, crap! Mist! Mein Gott! Na toll! Haben wir es denn kurz vor Abschluss des Kampfes verloren. Das darf doch nicht wahr sein. So, wie geht es denn jetzt weiter hier? Haben wir noch Quests offen? Ja, Versteckspiel. Ähm. Und das da. Da müssen wir da unten hin. Nehmen wir auch gleich mal hier. Wieder die Schnellreisestation. Ähm. Da müssen wir hin. Einmal zu Kyle, bitte. So. Moment, ich muss mal eben hier mein Gamepad anders in die Hand nehmen. So, wo müssen wir hin? Wahrscheinlich hier. Ja, dann aufzukleiden, ne? Alter! Was? Wow. Heute sind wir nicht Elf und Menschen. Heute kämpfen wir als Ein. Was wir hier jetzt werden, wird auf YouTube geschrieben und geschrieben, für die Tage zu kommen. Lass uns den Arme der Dunkelheit mit den Geheimen der Geheimen des Geheimen. Lass uns den Dunkeln mit Swords und Sorcery. Lass uns unsere Shields und mit Photon Torpedos zu vaporieren, die Klingons. Kevin, Gott, damn it. Every fucking time, Kevin. God fucking damn it, seriously. I'm sorry. Armies of Justice, prepare! Ready! End! Let's beat up, Clad! Yay! Dann nehmen wir mal Kleid auseinander. Und hoffen mal wieder ganz vorne. So muss das sein. Let's get it! Ow! I'm hit! They hit, they tore my costume! Is there anything you can do? Let's tear these jerks a new asshole! So, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Leute, hallo. Komme ich hier nirgends so durch? Was? Äh, muss ich jetzt hier... Moment. Muss ich Furzgranate? Oder wie? Oder? Was kann ich denn hier machen? Ähm, ach, da oben. Moment. Oder... Ah, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Und zwar Nagasaki. Oh, das sieht doch gut aus. Komm. So, jetzt muss ich den anderen auch kaputt kriegen. Ja, komm. Jetzt, fall doch mal runter. Ah, komm. Ah. Dauert zwar ein bisschen länger, aber egal. Und? Kann ich irgendwie... Nee, Furzgranate will ich nicht. Will Drachenschrei? Na, warte mal. Vielleicht kommen muss ich hier lang. Was liegt hier denn noch rum? Nehmen wir das mal alles mit. Kommen wir da irgendwie... Ah, warte mal.